Hey Leute, wir schauen uns heute Space Grunt 2 an, ein Roguelike, das aber eine sehr interessante Spielemechanik hat, meiner Meinung nach, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Im Prinzip, ja, man hat seinen 0815 Roguelike, aber die Kämpfe laufen mit Karten ab und das habe ich so in der Form bisher noch nicht gesehen. Ich habe einen Keyform-Entwickler bekommen, das Spiel gibt es für 7,39 Euro bei Steam und wir schauen jetzt zuerst mal ins Optionsmenü kurz rein, was es hier alles gibt, Credits sind es egal, Grafik, ja gut, das Spiel ist halt komplett auf Englisch, Gamma-Wert lässt sich hier noch ändern, der Mauszeiger, der hakt manchmal ein bisschen, das nur nebenbei. Keyboard-Setup, Audio-Regler, gut, der übliche Kram halt, nichts Besonderes hier, ich würde einfach mal sagen, Stats and Data, Deck of Cards kann man sich hier anschauen, Leaderboards gibt es, Statistiken, ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt, das nur kurz vorab. Deck of Cards, okay, 1 aus 68 oder 1 von 68. You will unlock Cards by playing them during your games. New Cards are introduced when your character levels up. Okay, also wir finden während des Spielens neue Karten und wir bekommen neue Karten, wenn wir aufleveln. Das finde ich doch schon ein sehr interessantes Konzept. Alien Research. Okay, gut, ja, das kann man dann auch noch freischalten, 1 von 21 Entity Information, haben wir jetzt hier auch noch nichts, 1 von 17 Leaderboards. Gucken wir mal kurz hier rein, ja, halt ein Standard Leaderboard, das nur nebenbei, wir starten mal ein neues Spiel und zwar, was haben wir denn hier? Normales Spiel, Herausforderungen, Daily Run gibt's, ist auf jeden Fall sehr cool, das motiviert auf jeden Fall immer, mal wieder ein Spielchen zu wagen, wenn man denn irgendwann mal das normale Spiel geschafft hat. Starten wir mal mit normales Spiel. Wir können uns 1 von 3 Charakteren schnappen, einmal Rogue, einmal Grim, einmal Gadget und die haben Angriff, Verteidigung und Tech als Stats. Ich würde was sagen, ja, ich nehme mal Rogue, weil Angriff 3, Verteidigung 2, Tech wird wahrscheinlich Magie ersetzen in dem Fall, nehmen wir mal Rogue. Gut, können wir auch noch Punkte verteilen und ein bisschen neu so stieren hier am Anfang, aber ich glaube, das ist erstmal soweit. Okay, machen wir das einfach mal und die Level sind natürlich zufallsgeneriert. Finde ich aber nett, dass das so ein bisschen vertont ist. Gut, ein bisschen was zur Story. Aber Story ist mir jetzt hier in dem Video echt so ein bisschen egal. Was bist du denn? Bist du ein Gegner oder bist du einfach nur... Bist nur Wirbelwind? Okay. Ja, die Grafik ist halt schon sehr, sehr minimalistisch. Was haben wir denn hier? Crate. Und ich kann mir jetzt... Kann ich mir jetzt hier was rausnehmen? Hm, Tricorder. Glaub ich, ich nehme mir echt mal hier... Oder ist das... Nee, wofür ist das denn genau? Ich nehme mal hier die Raid Gun. Gut, jede Karte, die wir aufnehmen. In dem Fall, es wird hier von Items gesprochen, aber im Prinzip sind das alles Karten. Die kommen dann in unser Deck rein. Links sehen wir das ja auch. 32 von 52. Also wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Okay. So, was ist das? Können wir uns hier auch noch was nehmen? Ammo Box. Bolt Gun. Das hört sich schon sehr... Hier, Damage. Gut. Dann kriegt man die auch mehrmals. Was haben wir denn hier noch so? Päuste, Crowbar, Ammo Box. Ah, vielleicht ist Retreat. Einmal gar nicht so blöd. Okay, manche Karten sind so gesehen unendlich. Und diese erkennbar daran, da ist ein Zeichen oben rechts an der Karte. Alles klar. Okay, so, was haben wir hier? Crowbar, ja. Ja gut, hier haben wir das Zeichen, dass die Karte unendlich ist. Damit können wir uns aus dem Kampfflüchten oder zurückziehen. Und... Ammo Box bin ich jetzt nicht so unüberzeugt. Dadurch können wir die Hand durch Angriffskarten ersetzen. Eine Verteidigung. Ich glaube, ich nehme... Ich nehme mal eine Crowbar. Und... Recorder... ...ist auch unendlich. Damit können wir uns dann... Oder können wir Daten sammeln. So... Ich würde mal sagen, von Gegnern. Ist vielleicht auch gar nicht mal so unpraktisch. Und... ... Kisten... ...kriegt man nur auf, wenn man richtig draufhaut. Und die können... Oder oft enthalten die mehrere Items. So... Noch eine Railgun. Bolt Gun. Ich nehme noch eine Railgun. Ist aber auch relativ teuer. Na gut, ich nehme das jetzt hier trotzdem. Was haben wir hier noch? Ammo Box können wir auch einmal mitnehmen. Ansonsten Phaser. Zwei Schaden. Braucht auch nicht so viel. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier die Energie sein wird, die man dafür braucht. Ich nehme einfach mal ein... Ne. Das ist der Schaden. Okay. Ich nehme jetzt einfach noch hier mal so einen Phaser mit. Haben wir auch schon 35 von 52. Und was haben wir denn hier? Ist da auch noch mal irgendwas drin? Scheint ja so. Gut. Eine Bolt Gun können wir noch mal mitnehmen. So. Was mit dir? Erster Kampf. Gegen einen Babygun. Was machen wir denn? Ich würde doch sagen... Hier. Ich will uns einen Schaden zufügen mit... Ja, wie das Ganze hier genau funktioniert. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt eine Crowbar spiele. Die macht zwei Schaden und hat eine Verteidigung. Das heißt, dann dürften wir eigentlich keinen Schaden kriegen, oder? Richtig. Gut. Haben wir dich rausgenommen? Gibt es denn hier sowas wie... Noch... Na gut, da haben wir eine Map. Wirklich nochmal so eine richtige Übersicht. Sehe ich jetzt hier leider nicht. So. Was mit dir? Babyalk. Okay. So. Dann... Shockwave. Das ist... Okay. Das ist so ein AOE. Ansonsten... Railgun. Ja. Kann man mehrere Gegner mit treffen. Ich glaube, ich nehme hier einfach mal eine Bolt Gun. Bam. Das Sound finde ich eigentlich ganz nett. Bisher. Zwar recht minimalistisch, aber gefällt mir. Oh, Gesundheit. Ja, auf jeden Fall werde ich bestimmt noch gebrauchen können. Shockwave. Vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn ich da noch was mitnehme. Ach so, dann verbrauche ich die Karten auch. Das heißt, die bleiben da nicht im Deck oder wie? Das ist ja schade. Ich dachte jetzt... Ja gut. Irgendwann ist das Deck dann voll und dann könnte man sowieso nichts mehr großartig machen. Deswegen, okay. Das funktioniert also so. Dann, wenn ich die Karten spiele, sind die weg. Was können wir denn hier noch mitnehmen? Wie wäre es denn? Komm hier. Bolt Gun. Macht gut. Bums. Was ist hier los? Eine Pflanze. Ich schieße mal mit der Bolt Gun auf die Pflanze. Bam. Hier scheint es eine Quest zu geben. Nee, Moment. Plasma-Bombe. Das ist eine Plasma-Bombe. Sollte ich mich da nicht eher lieber von fern halten? Ähm. Benutz mal hier die Fäuste. Okay. Ach so. Ja gut. Dann kann man das aktivieren. Alles klar. Sollte ich mir auf jeden Fall merken. So, was haben wir denn hier? Junk. Alles klar. Ich schieße natürlich auf den Möli mit einer Railgun. Warum auch nicht? Ja, man muss halt... Die Grafik ist halt schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also wer jetzt irgendwie hochqualitative Grafik erwartet, der... Für den ist das eher weniger was. Aber ich finde das eigentlich aufgrund von den Farben und von der Soundkulisse alles noch recht nett. Box. Okay. Okay. Ich kann mich in einer... In einer Box verstecken. In einem Karton. Snake! Snake! Ein falsches Spiel. Ich... Hm. Nehme ich die mit? Ich... Nee, ich habe jetzt... Ich nehme hier noch eine Boardcard. Ich brauche Waffen. Ich habe noch recht wenig Karten wieder. Also ich muss auf jeden Fall immer aufpassen. Oh! Flammenwerfer. Verursacht drei Schaden. Nach der Runde verlieren wir einen Lebenspunkt. Okay, Fäuste. Ich glaube, ich nehme hier nochmal die Fäuste mit. Und... Komm hier, Flammenwerfer. Warum denn nicht? Das soll da bitte mal aufhören zu brennen. Danke. Phaser. Zwei Schaden. Trans Energy. Die Trans Sergy. Trans Sergy. Das ist auch praktisch. Den Schaden, den wir kriegen, wandeln wir in Lebenspunkte um. Das könnte durchaus sehr nützlich werden. Ich glaube... Ja, komm. Nehmen wir das mal mit. Und dazu noch... Nochmal hier einen Phaser. So. Und hört das da jetzt mal auf zu brennen? Oh nein. Einmal nicht. Hm. Schade. Ich hätte das da oben gern noch eingesammelt. Nehmen wir das mal mit. Was ist mit dir? Gut. Was machen wir? Du hast zwei Lebenspunkte. Das heißt... Natürlich. Railgun. Nein. Block haben wir hier auch als Karte. Hier. Verteidigung. Nehmen wir mal einen Phaser. Hat auf jeden Fall gereicht. Was haben wir hier oben noch in der Kiste? Fäuste. Noch eine Railgun. Hm. Macht auf jeden Fall viel Schaden. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal so einen Recorder. Da kriegt man hier so eine kleine Beschreibung dazu. Okay. Gut. Aber ich nehme jetzt... Nee, Moment. Ich wende hier diese Karten auf die Box an. So rum. Gut, dass mir das auch mal auffällt. Nach zehn Minuten. Aber hey. So ist das halt, wenn man das noch gar nicht gespielt hat. Dann kann das durchaus mal passieren. Okay. Was machen wir hier? Auf jeden Fall benutzen wir mal die Fäuste. Reicht nicht. Phaser. Und da ist leider nichts drin. Ich habe noch 22 Karten. Das Gefühl, so langsam wird die Luft dünn. So. Das hier ist hier unten alles nur gut ausgeleuchtet. Ansonsten. Haben wir denn noch irgendwie sowas wie ein Charakter-Metail-Menü? Ich habe jetzt mal Escape gedrückt. Modifier-Cards gibt es natürlich auch. Da sehen wir noch mal die gesamten Karten. Und das sind die letzten Karten, die wir aufgehoben haben. Da oben sehen wir, wie weit wir in den gesamten Spiel sind. Continue. Gut. Dann... Oh, da hat der Mauszager gerade wieder gehakt. So. Ich sammle dich noch mal ein. Es gibt also auch beschädigte Karten, so gesehen. Oder beschädigte Items. Ja. Gut. Beschädigte Karten. Die können dann halt... ...uns auch schaden, wenn wir Pech haben. Interessant. Na, vielleicht liegt das jetzt auch hier mit dem Mauszager an dem Vollbildmodus. So, was haben wir denn hier? Irgendwas. Was machen wir denn? Blocken ist jetzt eher nicht so... Ich gucke mal, was der Trikorder hier sagt. Merkwürdige Pflanze. Sieht nicht sehr natürlich aus. Für diesen Planeten. Okay. Dann halt hier einmal einen Phaser. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Nochmal einen Phaser. Das war es dann auch schon. Ja, super. Hätte ich mir das auch schenken können. So. Hier haben wir noch ein paar komische Pflanzen. Da haben wir eine große Kiste. Die ist doch mal interessant. Ich nehme jetzt hier mal Shockwave. Bam. Das sind ein paar Sachen. Gut. Da oben liegen auch noch ein paar Waffen. Und hier können wir... Fäuste reichen, glaube ich nicht, oder? Nee. Nochmal Fäuste. Gab jetzt leider gar nichts. Hier gibt es noch jede Menge Kisten. Die Fäuste sind unendlich. Dann sollte ich wohl eher die Fäuste hier für die Kisten benutzen. Und da war alles ein bisschen länger. Aber ich verliere dadurch auch keine Karten. Ein bisschen blöd, dass die Karte immer sehr schnell weg geht, sodass man das nicht sieht. Aber man hattiert hier in dem Spiel auch mit sehr vielen Karten. Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache. So, was haben wir denn hier? Junk. Das ist alles ziemlich... ...witzlos. Gut. Einmal Retreat, bitte. Mit den Pflanzen hier. Kann ich die irgendwie neu ziehen? Oh, Shield. Retreat. Ähm. Würde da gerne draufhauen. Nutze ich das einfach mal. Gut, aber so wirklich bringt das jetzt auch nichts. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so sinnvoll ist, die ganzen Pflanzen da wegzumachen. Dadurch verliere ich letztendlich nur Karten. Und da hing der Mauszager gerade schon wieder. Das ist natürlich schon echt ein bisschen ärgerlich. Aber wieder Müll. Und ich kann wieder hier nur den üblichen Kram machen. Gut, dann gehen wir mal wieder weiter. So, dann laufen wir doch mal hier hoch. Ja, hier haben wir noch eine Kiste. Können wir endlich wieder die Fäuste benutzen. Und noch eine Kiste. Da war nichts drin. Was haben wir hier? Benutzen wir mal den Phaser. Noch mal eine Crowbar. Und wie das jetzt so gerechnet hat. Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier noch? Ah, einmal Shockwave, bitte. Ich glaube, das hat sich schon gerechnet. So, was ist damit? Das ist einfach nur Müll. Was ist da jetzt passiert? Moment. Ja gut, ich kann jetzt hier die Teile irgendwas hauen. Aber auch nicht so wirklich gerade. Box haben wir hier noch. Hier eine Menge Block. Das ist... Lass ich jetzt einfach mal links liegen. Ja gut, das bringt jetzt nicht allzu viel. Wo geht das denn hier bitte weiter? Da unten waren wir ja auch schon überall. Wird mal interessieren, was das hier ist. Gut. Kann da auch... Kriegt da keinen Tooltip oder sowas? Ja, hier ist noch was. Okay. So, machen wir erstmal hier die... Kiste kaputt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Faser. Und das ist natürlich auch nett. Damit kommt... Das ist ein Angriff, mit dem wir alle Karten, die wir auf der Hand haben, kombinieren. Da zählen alle... Die zählt alle Angriffspunkte zusammen. So, nichts. Äh, soweit. Mit dir. Komm, sind wir jetzt auf der anderen Seite. Egal, so. Zwei Damage, sechs Verteidigung. Das ist natürlich ein bisschen... Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal... In der Runde Block verteidigen. Ach, die Karte hat eine bestimmte Anzahl von Aufladungen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Gut, was haben wir hier? Transport-Device. Gut, dann können wir hier dann weitergehen. Ansonsten... Was ist das? Entschuldigung. Plasmabombe. Ich glaube, die kann mir schon egal sein. Jetzt habe ich aber Kratzen im Hals. Mann, Mann, Mann. Gut, dann gehen wir mal weiter. Korda... Ja gut, und wie aktiviere ich das jetzt? Kann der draufhauen? Jetzt können wir uns eine Karte aussuchen, die modifiziert wurde. Calming... Survivor und Cautious. Das ist schon interessant. Cautious, zehn Verteidigung. Auf der Rückzugskarte... Survivor... Kommen wir an die letzte sichere Position. Wenn unsere Lebenspunkte unter sechs fallen. Das ist natürlich auch schon sehr nett. Und damit können wir eine wütende Kreatur besänftigen. Aber ich glaube, ich nehme hier wirklich Survivor. So, nächster Level. Gut, wir können jetzt quasi nur an der Stelle speichern. So wie ich das da jetzt verstanden habe. Gut, dann benutzen wir doch jetzt einfach mal hier... Ja, keine Ahnung. Die Fäuste. Ja, das ist... Nee, das ist blöd. Wenn ich bei diesen Kristallen hier die Fäuste nicht benutzen kann... Ich kann das jetzt nochmal machen. Ah, was ist denn los? So. Das hier ist auch einfach nur wieder so eine Plasma-Bombe. Ja, aber das ist halt echt... Bringt nicht so viel. Wenn da noch ein paar Kisten rumrum wären... Okay, dann könnte ich das verstehen. In die Luft zu sprengen. Aber so, ich weiß ja nicht. Moment, das ist... Diese sind jetzt hier schon die beiden Plätze ausgefüllt. Ich verstehe das gerade nicht. Heilung, Trikorder, Railgun! Bam! Sie wurden gerailgunned. Widget. Heilung, Schaden, 6, Verteidigung. Das ist jetzt die ganze Zeit immer diese Karte, die ich zusätzlich spiele, oder wie? Ich finde das etwas irritierend, aber okay. Ja, Schockwave ist halt... Das ist alles blöd, was ich hier habe. Block kann ich spielen. Komm, hier, Trikorder. Widget. Stärke, schwach. Okay, Aggression niedrig. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ähm, ich nehme jetzt hier einfach mal einen Schockwave. So. Sieht auf jeden Fall interessant aus, wie sich die Felsen da bewegen. Gefällt mir. Gut, was haben wir hier? Crowbar, du hast vier Lebenspunkte. Das wird schon mal nicht reichen. Ich mache es aber trotzdem. Gut, der hat uns auch einen mitgegeben. Nochmal eine Crowbar. Gut, dann haben wir noch 18 Lebenspunkte. Ich kann jetzt aber außerhalb eines Kampfes gar keine Karten nehmen, oder wie? Dann mal wieder Junk. Naja, ich könnte mal gut, ich könnte mich jetzt... Das ist ein etwas merkwürdiges System. Aber okay. Lassen wir das mal. Gegen dich können wir hier kämpfen. Drei Lebenspunkte. Das müsste auf jeden Fall reichen hier mit der Schockwave. Gut. Richtig blöd, richtig dumm steht man natürlich da, wenn man auf einmal keine Karten mehr hat. Deswegen muss man sich das hier, glaube ich, schon sehr genau überlegen. Aber eine Pflanze. Ach, das ist auch... Das ist alles doof. So. Das ist mit dir. Baby-Ike. Das ist auch alles nicht so toll. Nehmen wir mal das. Da hat man noch 16 Lebenspunkte. Okay. So. Booster. Oh, das ist ganz nett. Quasi Buff für die nächste... Für die nächste gespielte Karte. Eine Bombe. Trans-Energy. Trans- Trans-Energy. Trans-Energy. Wie auch immer. Na gut, ich kann jetzt hier eigentlich nur... Nehmen wir jetzt mal den Booster. Und nehmen wir hier Phaser. Bam. So. Und ja, ihr seht. Es ist im Prinzip ein typisches Roguelike. Hier sieht man auch nochmal XP-Balken. 3, 3, 4. Gut, das sind die Stats. Lebenspunkte. Inventar. Was es damit genau auf sich hatte. Gut, scheinbar... War das so eine Karte, so ein Item, das zum Kampf immer benutzt wurde. Und man hatte eine bestimmte Anzahl an Aufladungen davon. Und wenn es halt verbraucht ist, dann ist es weg. Ansonsten kann man das dann zusätzlich benutzen immer. Oder andere Karten auch zusätzlich benutzen. So kam mir das zumindest vor. Gut, die Grafik ist halt... Ja, ihr seht es. Aber durch die Farbgebung finde ich das eigentlich recht nett. Die Frage ist halt, ob ich bereit wäre, dafür 7 Euro zu zahlen. Das ist halt die große Frage. Ich glaube eher weniger. Trotzdem finde ich dieses Kartenkonzept in Kombination mit einem Roguelike schon recht interessant. Und ich weiß nicht, könnte sein, dass das Ganze hier und da schon eine Schwäche hat. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann mal keine Karten mehr hat. Das könnte schon sehr frustrierend werden. Aber das nur noch nebenbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald!